Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, kann Moritz der Verlockung des Geldes widerstehen? Das wäre nur relevant, wenn das ein Sexdate wäre, aber in meinem Profil ist das ganz klar ausgeschlossen, also wenn es keine Party gibt, dann bin ich weg, macht Moritz seinem Gegenüber klar. Der lässt jedoch nicht locker. Dachtest du wirklich, ich zahl dir 800 dafür, dass du auf Nährparty rumstehst? Lässt er seine eigentliche Absicht durchblicken? Okay. Weil du cute bist, wie viel? 1000, 1, 5? Setzt der Kunde Moritz weiter unter Druck und wedelt mit Geldscheinen vor seiner Nase herum. Doch Ritze lässt sich davon nicht beeindrucken? Welchen Teil von Nein verstehst du nicht? fragt er empört. Das ganze Konstrukt, antwortet sein Auftraggeber, der augenscheinlich glaubt, mit Geld alles kaufen zu können. Zu viel des Guten für Moritz, der gehen will. Doch der Typ stellt sich ihm in den Weg. Ach komm, erspar uns das. Am Ende habt ihr alle einen Preis, bedrängt er Moritz erneut. Dessen Reaktion fällt allerdings eindeutig aus. Fick dich, knallt er dem arroganten Kerl an den Kopf und lässt ihn stehen. Dessen Reaktion Dessen Reaktion Dessen Reaktion Dessen Reaktion Dessen Reaktion Dessen Reaktion